das ist auf jeden fall noch fällig dass wir dann noch ein raumschiff starten was an der space station unsere beiden kerbonauten abholt um sie nach hause also endgültig nach hause zu bringen denn das shuttle hat nicht vor zu landen das shuttle hat noch nicht mal ein fahrwerk so 80 kilometer höhe das ist schön in acht tagen sind wir auch da das ist auch schön denn wir haben nur noch 20 tage habitation einsatz für kos beim bau eines atv ich denke nicht so hier seht ihr jetzt auch mal die abweichung also wir sind natürlich schon auf einer etwas anderen umlaufbahn unterwegs insgesamt abweichung von 3,5 grad das müssen wir noch korrigieren dringend aber das erste was jetzt mal passiert ist dass wir in acht tagen ein bremsmanöver in den orbit rein machen um sauber sauber erstmal in den kerbonorbit zu kommen und da übertreibe ich jetzt mal noch nicht zu sehr ich gehe nur ganz leicht unter den anderen kurs drunter weil wir müssen auch noch die inklinations changes machen und vorher gebe ich mir jetzt noch nicht zu viel mühe das super genau zu machen so dann haben wir das und müssen das eigentlich auch nur noch einspeichern das heißt wir haben als nächstes unsere triebwerksprobe die wahrscheinlich auch gerade unterwegs ist die würde ich sagen die fliegen wir jetzt einfach mal weil um zur raumstation hoch einen abholungsgefähr zu schicken das geht relativ schnell und gibt doch genügend wasser machst eine wasserlandung wie der pilot auf den hudson river ich befürchte dass das ding noch nicht einmal was denn hier passiert das ist die shroud würde ich sagen ich befürchte dass das ding noch nicht mal einen wiedereintritt überlebt weil das shuttle einfach wie gesagt darauf nicht ausgelegt ist geschweige denn gezieltes ansteuern geschweige denn irgendeine landung das hat noch nicht mal steuerflächen ich glaube die stelle erwähnte ich bereits 1,2,15 mal das hat noch nicht mal steuerflächen gut timewarp an wir warpen zu unserem kleinen manöver um uns auf minimus einzubremsen sehr schön das sieht gut aus wir haben noch einen kurzen moment zeit wo ist er da ist er also sieht alles ganz chico aus wir haben über 5000 delta v im moment noch können also ganz entspannt landen wahrscheinlich können wir sogar auf dem haupttriebwerk landen das ist gut das bringt material kits und material kits sind die große freude des engineers beim zerlegen denn die brauchen auf der basis nämlich immer wieder mal so vier minuten noch ich denke es wird hauptsächlich ein retro great manöver sein da ist unsere basis meine ich ist das schon unsere basis über die wir gerade drüber fliegen thank you ja ja das ist tatsächlich unsere basis so die turis sind mittlerweile eigentlich auch durch mit ihrem aufenthalt das heißt wir können die auch jederzeit abholen mal so 169 ich glaube nicht dass wir so lange brauchen ne gut gut dann warten wir noch kurz und werden dann einfach im nächsten überflug direkt die landung ansetzen hätte ich gesagt jetzt ist ein bisschen spät aber nächste runde schwupp und aus zack und dann hätte ich gesagt machen wir hier irgendwo neues manöver äh manöver und landung so ich probiere die mal grob auf die stelle einzuplanen wo die basis vielleicht sein wird das müssen wir wahrscheinlich eh nochmal nachkorrigieren irgendwo hier hin ja wie man sieht passt das nicht ganz wir müssen ein bisschen ja bisschen aggressiver bremsen dann auch 14 minuten immer noch bis zum manöver das heißt ich denke mal hier so da kommen wir pünktlich zum sonnenuntergang wahrscheinlich an pünktlichst schauen wir mal 10 minuten zum sinken ordentlich ordentlich viel zeit vorібr ist die basis und wir sind ein an 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 kann ich die direkt anwählen aber ich kann es gut genug anwählen so jetzt schauen wir mal dass wir unseren sinkflug hinbekommen ja dass man über dürfte sich erledigt haben so ein bisschen aufpassen dass wir wahrscheinlich genau wir treffen im moment die basis nicht besonders gut zack ein kleines korrekturmanöver so klein ist es gar nicht aber hier ist es nicht besonders schlimm auf minmos zumindest schnell um uns in die richtung zu bringen in die wir eigentlich wollen so das sieht relativ okay aus relativ wir kommen in die richtung rein die richtung sagt naja wir sind nicht zu weit weit weg von der von der basis schauen wir mal so ich lasse uns wieder ein stück noch ran driften wir haben eine relativ hohe trust weight also eigentlich keinen stress was suiciden angeht das ist der scout rover und ist das hier eigentlich die basis die wir anpeilen richtig richtig so ich nehme jetzt mal den horizontal raus in der hoffnung dass wir dann relativ hoch muss ich vielleicht auch mal mein sr ist von überzeugen nicht wieder wie beim letzten mal nee der plan ist nicht wieder wie beim letzten mal zu landen diesmal würde ich das triebwerk nämlich gerne in einem stück anbringen aber wir haben komplette raketen stage zwischen unserem abzuliefernden triebwerk und dem eigentlichen triebwerk mit dem wir landen werden das sieht aber ganz gut aus dass wir hier relativ gerade gerade runter kommen ok sehr schön also wir werden auf jeden fall relativ dicht dran landen jetzt lädt auch gerade die basis da haben wir plötzlich auch licht dass man erkennen kann sehr schön und wir sind relativ langsam unterwegs und haben noch relativ viel zeit zu bremsen und das wird glaube ich wirklich eine sehr sehr schöne landung insgesamt also ich habe jetzt schon ein bisschen speed rausgenommen dass uns das lecken nicht nachher doch wieder irgendwie das genick bricht ich versuche gerade raus zu finden welche richtung ich mich eigentlich drehen muss um nachher noch näher an unser raumschiff an zu kommen und klingt ganz gut ja scheinbar ist nun gar nicht so schlecht ist auch noch nicht die finale richtung irgendwie habe ich noch nicht ganz raus wo hier die oben seite ist ach da ok ich glaube ich habe es jetzt da muss ich hex in die richtung als schriftzug ausrichten dann müsste es eigentlich ungefähr klappen tut es nicht gut ich glaube das hat jetzt halbwegs hin fasco fiasco vielen lieben dank für dein abo und ganz viel spaß beim zugucken weiterhin also ich glaube so haut tatsächlich relativ gut hin noch ein bisschen drüber und dann kommen wir eigentlich ganz gut rein ich glaube das passt ich glaube das passt sogar richtig gut du ordentlich habe ich noch nicht das使ange ich cope ich hel части ich helfe ich helfe ich helfe ich lance du inte ich ich das doch das auch mal eine landung mit der man arbeiten kann würde ich sagen bisschen leggy aber insgesamt ist es irgendwie okay wir driften ein bisschen von unserem eigentlichen ziel weg ist nicht so wild wir haben gleich bodenkontakt und ich denke mal ich werde es jetzt erstmal kurz so abstellen und dann aber die oberstufe noch mal separat abstellen um besser an das triebwerk ranzukommen raumschiff steht zack zack gut dann können wir jetzt nämlich fairing wird nichts passieren und dann kommt als nächstes stage und dings so ein bisschen in die richtung der wollen so das müsste uns diesen kleinen hüpfer geben den ich gerne noch gehabt hätte einfach um es daneben abzustellen genau nur nicht kaputt machen das wird noch gebraucht genau das sehe ich genauso aber es hat landebeine und das hat mich da eigentlich ganz unbesorgt dass ich das hingestellt bekomme so reicht uns das schon von der entfernung oder wollen wir es wirklich daneben daneben stellen mal gucken also das zeug ist erst mal safe da lang kippt da da lang okay dann müsste doch eigentlich das hier so mal gucken so und jetzt machen wir wieder einfach nur die bremse also die richtung müsste jetzt ungefähr passen in die wir driften schon wieder ich will halt so nah wie möglich sein eigentlich möchte ich am liebsten einfach das triebwerk abnehmen können und sagen können hier zack anbauen und ich glaube dass das mit diesen kleinen triebwerksschüben tatsächlich relativ gut lösbar ist weil ich einfach nur mich einen halben meter pro sekunde horizontal bewege das heißt selbst wenn ich jetzt irgendwo anklatsche wird die welt wahrscheinlich nicht untergehen aber ich glaube so kann man arbeiten sehr schön okay ich glaube so lassen wir es einfach stehen den ganzen empfindlichen kram fahre ich jetzt mal ein und dann probieren wir mal mit dem ingenieur unser triebwerk umzubauen dann werden unsere touris hoffentlich eingesackt und nach hause geflogen erst mal gucken wir aber die produktion läuft ganz gut also wir haben auch wieder einiges an or schon eingesackt das heißt wir können bald auch mal wieder drüber nachdenken die geschichte anzuschmeißen so der müsste jetzt nämlich ordentlich liquidfuel produzieren dann ist das nämlich schon mal in vorbereitung gut unsere touris haben die jetzt ihren wunschaufenthalt hier abgeschlossen theoretisch ja ja die müssen nur noch nach hause okay das heißt wir können jetzt als allererstes mal sagen dass wir den luca rausholen um den umbau vorzunehmen also es heißt ein kleines triebwerk heute keine lust auf acs das kleine triebwerk austauschen ja ich musste hier irgendwann mal erweiterungen bauen aber ich weiß gar nicht ob ich die alle hierhin baue oder ob wir da nicht noch auf das planetary logistics modul warten dann könnte man nämlich einzelne container hinbauen aber das muss ich mir noch angucken wenn es wenn ich es erforscht habe im moment geht das noch nicht so wie gedacht so jetzt schauen wir erstmal dass wir hier dank lag und anderen schlimmen dingen nicht irgendwie das triebwerk verhunzen kann ich das einstecken das war glaube ich ein nein gewesen nee aber ich kann es vielleicht hier reinpacken oder voll auf die nuss so aber ist auch randvoll mit struts dingern genau dann machen wir nochmal folgendes wir nehmen uns das und legen es ganz vorsichtig hier so ab okay es ist nicht explodiert das ist doch schon eine schöne sache so und jetzt gucken wir mal ob ich es schaffe nicht wegfliegen das hier direkt überzubauen auf das hier weil ich zu weit weg bin wahrscheinlich okay oh lecky leck so mal gucken ob ich nah genug bin um arrr ok eins hier immer noch nicht also wenn dann wird es nur eine ganz knappe stelle geben um das hier zu nehmen okay hier kann ich es grabben aber ja ok das war gott yes und es hält cool dann können wir das hier wahrscheinlich noch hier anbauen so alles wieder aufgeräumt und wir können unsere touristin fähre eventuell noch mit ein bisschen zeug versorgen aber jetzt machen wir mal kurz äh stimmt wartet mal wartet mal wartet mal das gute das gute erz gar nicht in die liquid fuel produktion stecken sondern stop liquid fuel start liquid fuel and oxidizer hahaha dann können wir nämlich die raumfähre hier wieder ordentlich auftanken dass sie noch ein bisschen durch den kleinen korrekturmanöver kleiner hohoho sehr viel kleiner habe ich ja leider auch so ein paar sachen an sprit verschwendet und dafür oh wartet mal das erinnert mich noch an was wollen wir es sprengen warum hast du die eigentlich ausgetauscht weil die andere nicht so viel power hatte genau weil ich sonst mit 1,1 irgendwas gestartet wäre und ähm also das hätte zwar geklappt hätte mich aber unheimlich viel zusatz sprit gekostet und äh das wäre unnötig gewesen so können wir das bitte in den rucksack packen dankeschön so entweder stirbt jetzt gleich ein körbel weil ich nicht weiß wie man mit sprengstoffen umgeht oder ich krieg das ganz gut hin so wir fangen mal mit den ungefährlichen sachen an ne ich kann nicht alles abbauen das da hinten ist erwiesenermaßen buggy das kriege ich nicht zerlegt das muss ich mal sprengen damit die parts endlich weg sind so aber hier können wir fleißig dinge zerlegen und das dürfte uns auch ganz gut äh material kits geben hoffe ich zumindest denn die großen tanks waren eigentlich immer ganz gut zu uns 875 500 yay disassemble 87 und noch ein disassemble nochmal 25 so kann der körbel die solarsegel nicht nein kann er nicht haben wir alles schon probiert kann er nicht das kann er nicht so also sprengen wir das hier in fröhlicher erwartung mal gucken muss das wahrscheinlich irgendwo ranpappen erstmal setup timer kann ruhig ein bisschen mehr sein würde ich sagen oder so ungefähr eine minute schadet lasst mal 45 sekunden machen zack explosionsradius 45 10 meter ist okay so und jetzt müssen wir weg bloß weg ich denke wir sind in sicherheit gleich explodiert es bestimmt wir sollten auf jeden fall mittlerweile mehr als 10 meter weg sein tick tock tick tock tick tock tick tock hmm 45 sekunden ist ganz schön lang ne die klassische fehler jetzt mal nachgucken gehen wie lange noch auf der uhr ist boom ok das hat auf jeden fall ganz schön knall gegeben sehr schön sehr 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 schön das andere kleine teil zerlegen wir erst wenn äh unsere turis sicher abgehauen sind das werden wir jetzt mal machen ja jetzt geht aber luca erstmal wieder an bord ach ne ja doch luca muss noch draußen bleiben wir müssen nämlich noch das ding würde ich gern behalten das muss er gleich noch mitnehmen die ne die lande landeschleuse da die docking schleuse so das heißt wir müssen erst die leute transferen ja für ohne atmosphäre war das relativ laut gut also unsere touristen werden wieder zurückverlegt in ihr gefährt um nach hause zu kommen jetzt streikt das auch ne komm schon es gibt aber irgendwo die stelle wo man hinklicken muss aber das funktioniert aber es ist ein bisschen nervig muss ich zugeben es ist ein bisschen nervig ach ach Freunde transfercrew dann halt Dodo zuerst komm schon bitte steig um steig um von mir aus steig auch da oben hin um das ist mir erstmal egal hauptsache du steigst irgendwo hin um oh ich werd verrückt das sind dann die Momente wo es echt ein bisschen nervt weil ich hier irgendwo in der Gegend rumklicke wie so ein plöbbo und nichts passiert die dürfen nicht raus die können nicht eh fahren oder irgendwie sowas oh bitte crew transfer lass mich nicht hängen transfercrew ab nach hause ab nach hause irgendwo muss man noch hinklicken können dass die da umstehen ach Gott sei Dank hier scheint eine stelle zu sein gut sehr schön Nummer eins und Nummer zwei irgendwo hier muss man hinklicken ich weiß nicht wo die stelle genau ist aber irgendwo hier ist sie so gut sehr gut danke sitzen jetzt hier alle drin genau ok Windseller und Kevin waren die Aushilfstouristen die trotzdem auch noch mitgeflogen sind und äh Huley und Dodo die jenigen die die Mission Komplettieren so jetzt wird hier die Verbindung gekappt und wir müssen uns noch das ganze Zeug dann klauen aber eins nach dem anderen dann Unlink zack her damit also Sprit wollten wir eventuell noch transferieren das können wir gleich noch machen hier waren noch so ein paar Sachen drin die wir glaube ich mitnehmen wollten halt splitten ich will dann nehme ich halt erstmal nur ein Dankeschön Dankeschön und Sprengstoff naja wer weiß ne wofür man es mal brauchen kann so das mal kurz abgeben ich glaube hier war ein Inventory drin ich glaube hier gab es ein Inventory tttttttttt nein das habe ich mir nur eingebildet schon eigentlich auch fliegen ist auch nicht mehr Puh muss ich jetzt echt zu Fuß rüber dackeln um das abzu um das abzulegen erstmal so dann muss ich nochmal hin da war noch eine Fuhre an Zeug glaube ich auch in dem zweiten Container drin ich hatte ja so ein bisschen den Bedarf damit gedeckt dass ich hier Sachen her transportiert habe so das kann da noch mit rein uah jetzt ist das zu groß ne da mit das da mit rein das da mit rein und das da mit rein so close kann er jetzt wieder fliegen ich hoffe zumindest dann kann ich den Kirby Trail nämlich da hinten ablegen ach komm schon jetzt fliegt bitte eventuell passt er hier rein ja ja ist ein bisschen überladen und dann klappt das mit der Schwerkraftberechnung nur noch so semi gut so Inventory ja hier ist Platz sehr schön kann das hier rein gut dann gehen wir noch den Rest da hinten raus flippen und dann wird das Touristenmobil nochmal final betankt und dann geht es auch schon los so der ist leer schauen wir mal was wir auf der anderen Seite noch für schöne Geschenkchen mitgenommen haben ich glaube das war hauptsächlich so Lichtzeug und sowas jetzt kann ich natürlich wieder nicht fliegen weil ich einen Stahlträger eingepackt habe der wiegt natürlich wieder ein paar Gramm niemals mit Stahlträgern spielen Freunde da komme ich da jetzt überhaupt ran ohne fliegen nicht wirklich so die LEDs kann ich noch einpacken die Dinger kann ich einpacken muss ich erstmal wieder abliefern gehen und dann kann ich noch die Portable Sonnenschein Beleuchtungsstation holen und dann haben wir alles eingesackt was wir hier eigentlich abliefern wollten nochmal alles sieht das aus vielleicht wird es ja dann besser nicht wirklich leider nicht leider läuft der immer noch genauso eigenartig wahrscheinlich weil er einen Stahlträger hinter sich her schleift oder irgendwie sowas wer weiß das schon so genau so nicht zu dicht an der Turi ne hier wird nichts vorsichtig auf dem Boden abgelegt das endet meistens in einem völligen Fiasko dafür haben wir ja die Speichereinheiten in denen wir Inventar vertüdeln können auch jetzt läuft auch mal vernünftig aber nur kurz wir sind ja gleich da wird abgeladen und dann können sich die Touristen auf dem Heimweg machen außerdem ist das gut je länger wir hier noch ein bisschen rumdüdeln umso mehr Treibstoff wird produziert für die Touristenfähre da kann man dann gleich einmal gucken ob das alles ausreichend ist von der Menge hier ein bisschen näher noch Inventory sehr schön so machen wir ein bisschen Platz da müsste eigentlich auch der Stahlträger noch mit rein passen jawoll LEDs auch direkt abladen sieht gut aus ok dann schauen wir dass wir jetzt noch hier die die beiden Portable die beiden Portable Dinger dahin nehmen ach und beide gleichzeitig geht nicht aber wenn beide zusammen 300 haben hat einer wohl 150 sehr schön dann können wir die auch sauber abliefern man kann schon mal fliegen damit das geht sehr gut dann kurz einmal absetzen in unserem anderen inventar und dann noch den zweiten raus und dann sind wir fertig mit entladen halt 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 anhalten danke so sehr schön da passt exakt noch das letzte teil auch mit rein das ist doch ideal stanet wieder für gemacht wieder für gemacht sehr schön ja dann betanken dann abflug dann hauen wir die direkt mal in die umlaufbahn sagt eigentlich die uhr hier fünf tage bis die viper ankommt ok noch 76 tage bis zur bis zur science lieferung aus dem minimum space station auch gut so schwupp schwupp und schwupp so damit haben wir das das heißt jetzt kommt noch die betankung und ich brauche da oben ein hubwagen ja das steht tatsächlich irgendwie so ich muss mir tatsächlich mal irgendwann kein lkw bauen oder sowas mit einem storage device dran dass ich die sachen einfach um parken kann und dann in einem schwung fahren so jetzt machen wir aber erstmal die betankung kurz fertig dann lösen wir die verbindung ich speichere meinen sprit was habe ich denn jetzt ausgewählt ich habe das da die sind gar nicht verbunden oder was die sind gar nicht verbunden weil der habe keine direkte verbindung macht oder irgendwie sowas aus irgendwelchen gründen verdammt ok sind also zwei gefährte aber ich habe hier angeblich 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 4000 delta wie drin wenn er sich nicht verrechnet ist das alles total cool dann würde ich sagen leben wir mal damit dann lösen wir jetzt die verbindung ok aber so funktioniert das ist schon gut zu wissen so funktioniert auftanken nicht auftanken muss direkt verbunden werden nicht über den hub ich will nicht ach freunde ich will doch nicht den ganzen ach so das kann ich nicht greifen weil sie es zum root part gemacht hat hervorragend gut dann ist das so dann bringen wir jetzt unsere bauteile weg und gehen nach hause und die touristen starten gut Okay. 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 Hm. Falsch rum. So, dann erstmal vielen lieben Dank für den zweiten Monat in Folge, FreedomDart. Und ja, stimmt, ich wollte die vier Lampen noch abbauen. Das könnte ich tatsächlich machen, ne? Möglichst, möglichst lange den Start hinauszögern. Wir wollen ja nicht zurück. Unbedingt, unbedingt jede Kleinigkeit noch erledigen. Aber du hast recht, die vier Lampen wollte ich tatsächlich abbauen, um sie hier zu verwenden. Deshalb hatte ich sie außen angebaut. Das war tatsächlich so geplant. Danke für die Erinnerung. Wir starten heute schon noch mit den Touris, keine Sorge. Vielleicht in den letzten zwei Minuten, aber dann starten wir mit den Touris. Es ist ja cool, dass es überhaupt noch klappt, mit den Touris irgendwo hinzufliegen. So, die sind hoffentlich auch nicht so groß. Es geht. 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 Dann ist das erstmal aus dem Weg. Und apropos aus dem Weg, da gehe ich jetzt nämlich auch mal hin, aus dem Weg. Ich glaube, ich laufe schnell zum Häuschen noch und lade meinen Mist ab. Oben sind auch noch welche. Ja, die oben sollen aber auch dranbleiben. Die sind für den Reisecontainer. Das ist ein wiederverwendbarer Teil des Vehikels. Also, die bleiben definitiv dran. Denn hier ist der Dockingport extra deswegen dazwischen, damit wir das hier nachher im Carbon Orbit lassen können. Damit zukünftige Touristen ihren Habitation-Erzeuger schon im Orbit oben haben und nur noch mit dem docken müssen, damit sie sich für eine längere Reise nicht ganz so unwohl fühlen. Dann müssen wir das Ding nämlich nicht immer wieder mit in den Orbit schleppen. Das war zumindest der Plan hinter der ganzen Geschichte. So, jetzt langsam und gemächlich zurück in Richtung unseres kleinen Towers. Immer schön Erz abbauen. Sehr vorbildlich. So, gleich haben wir es. Nämlich Jetzt muss man da genug dran sein, oder? Ein bisschen noch. Gut, dann kommen die Lampen da noch rüber. Oh, befürchte nicht, dass alle reinpassen. Oh, befürchte nicht, dass alle reinpassen.